hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von gta 5 wir sind hier franklin und haben einen job erledigt das letzte mal mal hier wagen nehmen und karte an markieren anvisieren und fahren hier hin weil die kreise die an was zu bedeuten ich weiß noch nicht mehr was dann auch aus mit dir ja knappe sache hier Ah, keine Umwahl gebaut. Freude läuft's. Ja, falsch abgebogen, tut mir leid. So, hier aber. Hey, komm, ich bin zuerst in den guten Kreis. So viel wie ich weiß, muss ich, glaube ich, in dem grünen Kreis, äh, wollte die Polizei abdenken. Aber ich bin nicht ganz sicher. Ja. Ey, buddy. Get him from the back. Man, sorry about that. Ups. So. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, da war doch sowas. Ich bin nicht ganz klar. Ich bin nicht ganz sicher. Mohammed. Ach es. Und jetzt? Ja. Bohe. Ich bin nicht ganz sicher. scheiße das war doch nicht irgendwie sowas okay wir hatten ein paar spaß jetzt abhauen scheiße jetzt habe ich scheiße gebaut So, ich entkomme. Nein, jetzt nicht mehr. Wow, okay. So ist ja schon wieder Polizia. Scheiß Helikopter. Scheiß Helikopter. Ja. Was? Ich bin den Weg nicht mehr. Kommt heran. Wo bin ich jetzt? Irgendwo auf ein paar Karte oder so? Hey, äh, was mache ich denn hier? Ah, ja genau. Nur schreise, dass die Polizeiautos hinter mir waren. Komm schon, irgendwo geht's hier raus. Ich spüre es. So nicht. So auch nicht. Aber weißt du was? Die Polizei sieht mich hier oben nicht. So, hier oben sieht mich die Polizei nicht. Hoffe ich mal. So, komm schon. So, unterbreche ich dich. Franklin hat's mal wieder geschafft. Nee, ich helfe dir jetzt nicht. Ich hab besseres zu tun. So, grüner Kreis. Ich hab immer noch keine Ahnung, was der grüne Kreis bedeutet. Das andere Auto tut irgendwie sowas. Ich hab voll gegen die Mauer gesprungen. Na super. Ich hoffe aber auch nur ich. Irgendeine Taste war's, wo man die Waffe zieht. So, komm schon. Oh mein Gott. Hallo. Oh mein Gott. Ey, komm mich nicht hoch. Das ist aber nicht so. Ich hab richtig zu wissen, dass hinter dieser Mauer ist. Ich hab die Finglinge sogar sogar zu spitz. Ja gut, dann gehen wir hier Mal schauen, was hier hinten ist So, mal hier hoch gehen und schauen, was wir hier oben sehen Da ist eigentlich genau nichts Ich nehme mal das da Ich weiß nicht, ob das ein besonderes Auto ist Aber das sieht nicht friedlich aus hier Wie komme ich jetzt da runter? Okay, so Oh ne Wie sieht denn das aus? Verdammt, er ist gestolpert Gerutscht, gesclitcht Naja Okay Erster Tod Erste Verletzte Gut Ich hab mein Gewehr noch Sehr gut Aber was die grünen Kreise bedeuten Na das frag mal nicht mich Vielleicht könnt ihr mir das mal beantworten Was die grünen Was dieser grüne Kreis bedeutet Peace to you Ja, du mich auch Wir rennen mal ein bisschen Und zwar zu Leicester Da sehen wir so coole Aufträge Nachtschuppen hier 今日 Naja Nachtschuppen hier Und dann Na Alter Ach so Was ist dort Wir sind Woh 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 Da hast du jetzt Waffe genommen? Verstehe ich nicht. Crazy, ey. So, keine Lust mehr, ich nehme ein Auto. Und setze den Wegpunkt zum Leicester. Leicester, danke. Für was ist denn das P? Beverly. Ja, kommen wir mal zu Beverly Hill. Beverly, keine Ahnung, auf die Füße. So, die Streufe entlang. Ampeln, überflüssig in dem Spiel. Ah, schade. Fast hätte ich es geschafft. Ohne zu rammen. Oh, hier vorne muss ich links. So, wunderbar. Noch ein paar Schrammen reingefahren. Da fühle mich mein Auto. So, hier hoch. Wow, wow. Oh mein Gott. Zum Glück ist mein Lieferwagen leer. Sonst hätte ich jetzt alles vorne in der Fahrerkabine. Oh, shit. Ah ja, sie lieben mein Car. Ah ja. Was hab ich jetzt hier? Ah, deep breaths. Oh, hey, hey, homie, komm, komm her. Ah. Ah. Okay. So, wie das heute geht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.